Emiplägie, aphasie, c'est un AVC. Szenarien oder Situationen, wo es wirklich zählt mit der Zeit. Rana Moussa aussi a traversé une période mouvementée. Elle voulait accoucher de Yara de manière naturelle, sans renoncer à la sécurité offerte par l'hôpital. Ce qui me gefällt avec les femmes et les enfants, c'est qu'il y a quelque chose de santé. Pour moi c'est important, c'est que les femmes peuvent être en train de se défendre, ou que les femmes peuvent être en train de se défendre. Un diagnostic bouleversant, cancer de l'intestin. Il a fût presque presque le démarqueur. Le démarqueur était à l'intérieur du démarqueur, mais il était juste un peu de cœur. war. Bereits fünf Tage nach der Diagnose wurde ich vom Professor von Chirurgie vorgeladen. Der hat bereits mit der Onkologie und Radiologie einen Therapieplan ausgearbeitet. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte grosse Schmerzen, dass ich fast Tränen bekam. Das war ein Orientierungsabend im Spital, wo der Doktor die Hüftgelenke präsentierte. Und da dachte ich, das wäre auch der Arzt, den ich gerne hätte. Das war die Vizepräsidentin. ca. 74 000 patients auf den Krankenhaus-Hospitalien. Es geht um ein AVC, ein Infarctus oder ein Cancer. Wir müssen Sie soin von Ihnen 24h sur 24. Wir helfen Sie Ihre mobilität lange wie möglich. Wir unterstützen mit dem Anerkennung die Frauen von allen Ärzten. Für die Prämaturgung, die Néonatologie-Hospitalien und in der Klinik für Enfants Wildermet machen wir alles für den Wettbewerb der Kinder und die Eltern während der Krankenhäuser. Wir machen etwa 80-90% von den Operationen ambulant. Das ist wirklich etwas Tolles, denn das Kind ist relativ rasch wieder in der Umgebung, in der es sein soll. Ich konnte am Anfang gar nicht reden. und plötzlich wird einem das bewusst, was das für Konsequenzen könnte haben für ein Beruf. Wir in Biel, wir können hier wirklich eine intensive, nahtlose, logopädische Betreuung sicherstellen. Das ist zentral und ist kein Luxus. En Onkologie, il est indispensable, que des Specialistes d'Horizons divers collaborent étroitement. Die Frage, ob das Know-how für die Behandlung und die Heilung von so einer Erkrankung im Spitalzentrum in Biel vorhanden ist, kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Das Ziel muss sein, den Tumor vollständig herauszukommen, das mit der bestmöglichsten Lebensqualität. Ich habe die Haare nicht verloren. Ich habe jetzt die zweite Chemotherapie und das wird also sehr gut abgestimmt und dosiert. Patrick Sunier ne gardera pas de séquelle. Aber am Anfang können wir noch etwas machen. Man muss dann nicht nach einer Woche kommen. Subito. Und auch lieber mal zu viel als zu wenig. Freddy Bracci a vaincu son cancer. Ja, abgesehen was man im Spital ist, ist das ein sehr angenehmer Aufenthalt gewesen. Gerade heute habe ich das auch so empfunden. Beim Suchen fahren, ja, kommt man fast heim. Finalement, Rana Moussa a mis Yara au Monde par Césarienne. Ils ont remarqué que la tête du bébé en fait, elle était mal positionnée. Alors, pour finir, on est allés faire une Césarienne à minuit pour sortir notre petite princesse. Qu'en est-il de Vili Kézer? Heute bin ich so weit dass ich sage, Gottlob, habe ich das gemacht. Weil ich bin wirklich jetzt nicht mehr eingeschränkt. Ich würde es wieder machen, wenn ich wieder etwas kümmer. mit dem den die der 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 Vielen Dank.